Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig heftig. Eigentlich war jetzt für 14 Uhr ein ganz anderes Video geplant, aber eine Eilmeldung kam aus dem Promi Big Brother Container. Elena Miras hat das Promi Big Brother Haus verlassen. Ich habe für euch einmal recherchiert, die Katzenreporter losgeschickt und alles, was ich so gefunden habe, zusammengesammelt, plus offizielles Statement von Promi Big Brother, damit wir uns hier ein besseres Bild über die Situation machen können, die wir vermutlich erst in zwei oder drei Tagen sehen, weil ihr wisst ja, der 24-Stunden-Livestream, der ist aktuell, aber die Tageszusammenfassungen sind immer so zwei bis drei Tage alt. Von daher seid ihr jetzt zumindest circa drei Stunden nach dem Auszug von mir informiert. Meine Lieben, wenn ihr hier nichts mehr von Promi Big Brother verpassen wollt und mir einen Gefallen tun wollt, dann schaut mal. Es fehlen nur noch drei Abonnenten, dann haben wir es geschafft. 36.800. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben ja so ein kleines Ziel. 40.000 bis Weihnachten. Und wenn du zum ersten Mal hier auf dem Kanal bist oder aber gerne zurückkehrst, dann fühle ich herzlich eingeladen, dich hier uns anzuschließen. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei. Wir quatschen gar nicht lange und machen das relativ kurz. Wir werden einmal uns das Instagram, ja, den Status angucken, aber wir gucken uns auch so kleine Indizien an, denn die Zuschauer, die vermuten schon seit Längerem, dass es Elena nicht besonders gut geht. Es sammeln sich wirklich viele Kommentare im Netz, die sich über den Gesundheitszustand von Elena Sorgen machen, aber auch sie natürlich auch dafür heftig kritisieren, dass sie überhaupt in den Container gegangen ist. Diese Kommentare, die sammeln sich schon seit Tagen unter diversen Social Media Beiträgen. Auch Promi Big Brother hat darauf reagiert. Das gucken wir uns auch noch mal an. Zuallererst, so müsst ihr euch die Kommentare vorstellen. Elena darf nicht rausgewählt werden. Elena muss unbedingt von einem Arzt aus dem Spiel genommen werden, bestenfalls von einem Psychiater. Dieses Verhalten ist nicht gesund. Und 909 Herzen. Und wenn ihr ein bisschen weiter schaut, und hier haben die Kollegen von InstaCringe etwas eingefangen, vielen, vielen Dank dafür. Hier gab es auch diverse Nachrichten, zum Beispiel, glaube, Elena hat ernsthafte Probleme. 895 gefällt mir Angaben. Oder aber Elena, Doppelpunkt, meine Tochter, sieht das auch Elena, Doppelpunkt. Ich gebe ein F-Wort auf ihn. Damit ist natürlich Mike gemeint und dass Elena hier gegen Mike ein bisschen geschossen hat. Ein bisschen ist gut. Und dann ging hier noch ein weiterer Kommentar rein, wo jemand schreibt, Elena braucht dringend Hilfe. Und dann hat sich Promi Big Brother zu Wort gemeldet und geschrieben, jeder Bewohner spricht vor dem Einzug mit dem Promi Big Brother Psychologin. Auch während der Staffel besteht im Sprechzimmer die Möglichkeit, das Gespräch mit einem Psychologin. Ansonsten steht es natürlich jedem zu jeder Zeit frei, den Container zu verlassen. Also hier hat Promi Big Brother zumindest das, was die Zuschauer so geschrieben haben, nicht ganz unkommentiert gelassen. Es ist für mich eigentlich der erste Teil mit am interessantesten, dass die Bewohner ein, ja sagen wir mal, ein Erstgespräch mit einem Psychologen führen, bevor sie reingehen. Das ist bestimmt auch relativ wichtig, dass sie jederzeit den Container verlassen können, ist relativ klar. Und auch, dass sie im Sprechzimmer die Möglichkeit haben, mit einem Psychologen zu sprechen, ist eigentlich auch relativ klar. Das kennen wir ja auch aus anderen Formaten. Allerdings hier scheint dieses Erstgespräch, zumindest Big Brother, davon überzeugt zu haben, dass Elena keine gesundheitlichen Probleme hat, was jetzt ja erstmal den ein oder anderen Elena-Fans, ja, beruhigen wird und den ein oder anderen Elena-Kritiker überraschen wird. Weil wir haben ja wirklich Szenen gesehen von Elena, die waren heftig. Wir haben Elena gesehen, wie sie die Hände über den Kopf geschlagen hat, kreischend an der Wand heruntergerutscht ist. Wir haben Elena gesehen, die für Gespräche nicht mehr zugänglich war. Wir haben Elena gesehen, wie sie sich mit Cecilia zusammengerottet hat, um auf einen Sinan einzudreschen verbal. All das haben wir ja gesehen und das waren für mich alles keine normalen Verhaltensweisen, die wir hier besprochen haben. Das war für mich alles wirklich eine große, große Schippe zu viel. Und entsprechend habe ich mir hier schon seit langem die Frage gestellt, als Privatperson, aber auch als Berichterstatter, wann zieht denn Big Brother hier endlich mal die Reißleine? Wann ist es denn genug, allein auch für den Schutz für Elena, weil sie sich ja auch ihr Image noch weiter kaputt in der Öffentlichkeit macht, dass ich mir diese Frage schon seit einigen Tagen gestellt habe. Und jetzt scheint es so zu sein, dass Promi Big Brother ebenfalls die Reißleine gezogen hat. Und zwar dieses Statement tauchte nun auf. Und zwar mit Eilmeldung. Ich muss es mal anders machen. So, Eilmeldung. Ich hole es mal näher ran. Elena Miras musste den Container am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Also hier ganz klare Eilmeldung aus gesundheitlichen Gründen. Ich gehe davon ganz stark aus, dass das natürlich alles mit der Psyche auch zu tun hat, weil wir einfach hier gesehen haben, dass es ihr nicht besonders gut ging. Und weiter schreibt Promi Big Brother, Zitat, Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt. Es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von Big Brother lässt aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. Für Elena ist Promi Big Brother damit zu Ende. Big Brother hat die Bewohner soeben darüber informiert. Die Reaktionen jetzt im 24.7. Livestream. Mehr dazu heute ab 22.30 Uhr. Also, Big Brother schafft es auch hier, Werbung für den 24-Stunden-Livestream zu machen, während hier eine Person zusammengebrochen ist. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Aber Tatsache ist es dieser Livestream, worüber man sich jetzt die Informationen nutzieren kann. Ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Die Bewohner sind natürlich aufgeregt. Die sind natürlich durcheinander, sprechen über diese ganze Situation und natürlich auch voller Sorge. Und das sieht man ja auch bei den Zuschauern. Allerdings nicht bei allen. Ich habe die ersten Kommentare, die ich hier eingefangen habe. Und nach kürzester Zeit, hier könnt ihr das sehen, nach 14 Minuten hatten wir schon über 500 Kommentare. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen auf 10.000 Kommentare hochgehen. Habe ich aber die ersten Kommentare schon einmal eingefangen. Da ist alles Mögliche mit dabei, mit gemeinen Kommentaren, wie endlich ist der Teufel raus und bekommt hoffentlich ganz viel Hilfe von Therapeuten. Also es gibt auch wirklich eklige Kommentare. Wir haben aber auch solche Kommentare. Alles Gute, Elena. Nur du weißt, was in dir vorgeht und keiner hat das Recht, sich über dich zu erheben. Wir sollten nicht vergessen, wir sind alle nur Menschen mit Ecken und Kanten. Dann gab es noch diese Reaktion. Jetzt können alle wieder aufatmen und hoffentlich aufhören, so über Elena herzuziehen. Es wurden teilweise Kommentare verfasst, die wirklich zu weit gehen. Elena hat sich in diesem Format definitiv nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Allerdings seid ihr kein Stück besser, wenn ihr online und meistens auch noch anonym über sie herzieht. Keiner weiß, was in Elena vor sich geht, aber trotzdem meinen viele Leute es zu wissen und müssen irgendwelche Ferndiagnosen in den Raum werfen. Alles Gute an Elena. Zitat Ende. Und ja, die Kommentare im Netz, das habe ich euch ja schon gesagt, die waren heftig, die waren kritisch. Das hat Promi Big Brother aber auch mit selbst zu verantworten. Sie haben Elena Miras diese Bühne gegeben. Sie haben ihr diesen Spielraum gelassen, sich so zu äußern. Es gibt eine Situation, im 24 Stunden Livestream, da ist sie wieder ausgeflippt. Da hat dann Big Brother auch gezielt weggeschaltet und den Eingangsbereich gezeigt, damit der Zuschauer das nicht so mitbekommt. Also da war schon einiges los im Container. Wir haben diesen Kommentar. Das Beste, was ihr und uns vielleicht ein kleines bisschen passieren konnte, sie braucht ganz dringend Hilfe. Also auch hier geht der Kommentarbereich weiter, in die Richtung, dass Elena Hilfe und Unterstützung benötigt. Dann haben wir diesen Kommentar. Nur Liebe für dich, Elena. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass alles gut wird. Und der letzte Kommentar war, na, das wurde aber auch Zeit. Das konnte ja keiner mehr mit ansehen, auch wenn ich glaube, dass es andere Gründe hat. Zitat Ende. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es andere Gründe hat. Ich glaube ganz fest daran, dass es Elena wirklich nicht gut ging. Wer sie aufmerksam beobachtet hat, der hat mitbekommen, dass sie in den vergangenen Tagen wirklich immer mehr abgebaut hat. Ich habe so viele Szenen im Kopf, wo ich auch wirklich als Privatperson vom Fernseher saß und mir die Frage gestellt hat, warum ist sie denn da noch drin? Als Berichterstatter denke ich mir natürlich, okay, Content, ich kann mit euch darüber sprechen, aber als Privatperson habe ich mir diese Frage immer wieder gestellt. Wieso ist sie denn da noch drin? Warum ist sie da noch drin? Jetzt hat sie, beziehungsweise das Team von Promi Big Brother, die Reißleine gezogen. Für mich persönlich ein bisschen zu spät, aber es ist zum Glück nichts Ernsteres passiert. Ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Tagen sehen werden, ob Big Brother das weiter vermarkten wird. Ich denke schon, das lassen die sich vermutlich auch nicht entgehen, weil jetzt werden die Zuschauerzahlen und natürlich auch die entsprechenden Reaktionen in die Höhe schnellen. Ich werde für euch aber selbstverständlich an Promi Big Brother dranbleiben und natürlich auch alles weitere für euch täglich. Zusammenfassen hier bei mir immer um 8, um 11 Uhr und um 14 Uhr. Das sind meine täglichen Upload-Zeiten. Kommt gerne in die Familie. Ich lade euch ein und denke, dass wir hier eine sehr interessante Zeit haben werden. Soviel erstmal von mir. Ein Blitz-Update auch von mir mit den neuesten Informationen rund um Elena Miras. Meine Lieben, macht es gut. Tschüss. Musik 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 Musik